Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu uns und zu einem neuen Gewinnspiel, das wir jetzt mal für euch parat haben. Und zwar geht es diesmal um Sims 4. Ja, genau. Wir stehen nämlich kurz vor dem Release. Und da wir ja jetzt auch eine neue Plattform gegründet haben, nämlich das spielerheim.de und gleichzeitig auch das sims-forum.de haben wir uns überlegt, wie wir starten ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr das im Forum auch noch nachlesen, das ist alles unten in der Infobox verlinkt. Allerdings sage ich dazu nur so viel, wir haben uns ausgedacht, ihr sucht euch einen Promi eurer Wahl. Sei das Angelina Jolie oder Brad Pitt oder wer auch immer. Das sind jetzt gerade die beiden, die mir uns erst einfallen. Ja, weil die gestern geherratet haben. Nein, nicht gestern, am letzten Samstag, glaube ich. Naja. Jedenfalls sucht ihr euch einen Promi eurer Wahl aus, sucht euch ein Foto von dem aus, über die Google-Bildersuche zum Beispiel. Und macht das Ganze als Sim nach. Und zwar könnt ihr ja kostenlos die Demo immer noch downloaden, die Create-Sim-Demo. Und macht das dann halt einfach dem Vorbild nach. Und postet das Ganze dann im sims-forum.de unter dem Gewinnspiel. Wie gesagt, alles verlinkt unten. Ihr habt dafür Zeit bis zum 4. September. Also das ist der Tag des Release. Nächste Woche Donnerstag. Genau. Bis 15.59 Uhr, also ungefähr 16 Uhr. Och Katze, hallo Katze. Und bis dahin könnt ihr das posten. Danach werden wir ein Voting starten. Also eine zweite Phase quasi. Wo dann für eure Bilder, die ihr gepostet habt, hoffentlich zahlreich, quasi abgestimmt werden kann. Und dann, ja, das läuft dann wiederum bis Sonntag. Auch bis 16 Uhr. Und direkt im Anschluss wird dann halt quasi der Gewinner bekannt gegeben. Ja. Und der kriegt dann auch sofort den Key und kann eigentlich direkt starten und direkt Sims 4 spielen. Also es wird auch die Standard Edition sein. Genau, es ist die Standard Edition. Genau. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ich habe jetzt alles gebrabbelt. Ja, und zwar, wir werden jetzt, beziehungsweise du wirst jetzt das einmal zeigen, wie wir unseren Sim erstellt haben. Ja, genau. Und dazu springen wir gleich in Create-a-Sim und zeigen euch einfach mal im Schnelldurchlauf, wie sich das entwickelt. Was für einen bekannten Menschen willst du nachbauen? Da bin ich mir gerade noch recht uneins, aber ich denke, dass es wieder Angelina Jolie werden wird. Ah, also 2.0. Vielleicht. Eventuell. Du hast es ja schon einmal gemacht. Oder Katy Perry könnte ich auch machen. In einem Sinn. Okay, wir springen in Create-a-Sim. Okay. Bis gleich. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.